Das Beste ist, der Kerl ist jetzt bewaffnet, weil Vicky ihre Waffe nicht mehr hat. Der Computer war hier drin, ne? Ungelesene Nachricht auf das Smartphone. Oh man, von unbekannt. Nicht vergessen, du hast nur eine einzige Chance. Ähm. Nö. Ich habe Speicherpunkte. Oh mein Gott. Hier ist eine Steckdose. Ein paar Standreflektoren. Die waren vorher nicht da. Sie scheinen nicht zu reflektieren. Zumindest nichts, was mit dem bloßen Auge sichtbar wäre. Äh. Guck mal da. Nicht hingehen. Bist du doof? Dieser Container stand vorher nicht hier. Vorsicht. Dieser Container stand vorher nicht hier. Vorsicht. Diese Reflektoren sind auch im Wohnzimmer gewesen. Ich sollte etwas näher ran. Nein. Solltest du nicht. Oh Gott. Falle im Keller. Falle am Eingang. Aber wie neutralisieren? Etwas reflektieren, was nicht sichtbar ist. Das ist eine Lichtschranke. Nur wie machen wir es sichtbar? Giftgas. Sobald wir reingehen. Okay. Aber nur wenn wir die Fallen kennen, können wir sie entschärfen. Es tut mir leid, wenn ihr jetzt hier, meine Liebe, so oft sterben seht. Aber. Oh, der hat sogar. Hab gerade gesehen. 42. Der hat sogar vorher gespeichert. Bevor wir. Aber das. Können wir trotzdem vermeiden, diese eine Verletzung. Wir versuchen gar nicht, erst die Treppe hoch zu gehen. Können wir die nicht doch auf die dritte Mine rollen? Irgendwie. Und wieso nimmst du nicht das Holz? Und legst es draußen über den Eingang? Mit dem Holz kämen wir durch das Tor. Dann würden wir nämlich nicht auf Wasser und Metall treten. Holz leitet kein Strom. Aber das nur am Rande. Vicky ist sich ja da zu fein. Gut, wenn wir schon mal. Ja, jetzt lasst uns nochmal das Ganze finden. Die gucken wir jetzt nicht an. Genau, jetzt müssen wir nochmal den roten Umschlag finden. Mehr war hier ja nicht. Damit wir wissen... Ja, das ist die SMS. Und... Inhalts des roten Umschlags. Ja, da sehen sie die Falle am Eingang. Aber wie, aber wie, aber wie. Die Minen sind ja immer und immer wieder hochgegangen. Das war ja das Kranke. Wenn wir nicht nach oben können, dann wird der Killer oben sein. Nein! Neues... Entschuldigung, Leute. Das ist so drin. Menü ruft man mit Escape auf in anderen Spielen. Neutralisieren sie die Falle in der Eingangshalle. Das ist damit gemeint. Nur wie? Ja. Na, schau mal einer an. Da sind die Fäden. Das ist es nicht. Und die müssen wir jetzt... Das wird niemals funktionieren. Du könntest dich auch einfach hinhocken, ne? Was haben wir denn noch im Equipment? Wir haben nicht so viel... Das ist es nicht. Auswahl. Gut, es ist auf jeden Fall kein Druckschalter. Okay, hier kam dann das letzte Mal noch ein Einsatzziel. Aber diesmal scheinbar nicht. Ähm... Wir speichern mal. Ich versuch mal, die Tür zu öffnen. Gut. Was soll schon passieren? Bumm. Okay. Wir kommen raus. Der Metalldetektor ist immer noch außer Kraft. Die Kiste ist weg. Das Fenster ist wieder offen. Fliegen wir in die Luft, oder können wir hier die Leute untersuchen? Er hat sie alle getötet. Sein Wahnsinn kennt keine Grenzen. Kaputte Uhr mit Batterie. Das wird wahrscheinlich noch wichtig, die Batterie. Aber vielleicht kommen wir dann ein bisschen voran. Da ist hier noch was drin. Oh Gott. Halloway. Sie hatte nicht die geringste Chance. Multispektrallampe. Halloway. Sie hatte nicht die geringste Chance. Nein, hatte sie nicht. Aber warum gibt er uns diese Sachen? Der spielt. Der spielt mit uns, Leute. Warum sonst sollte er uns diese ganzen Dinge... Nein. Nee, das wollen wir jetzt... Nein. Dann mach's halt erst mal wieder auf. Sag mal deinen Satz. Und jetzt hoffe ich, dass wir wegkommen. Der spielt mit uns. Oh oh. Oh oh. Sind hier wieder Minen? Ist hier wieder Zeug vergraben? Äh, Maus. Kleine Stücke aus Kupfer. Nicht von Interesse. Ist du dir sicher? Da drüben raus. Das ist es nicht. Das kann nicht funktionieren. Warum? Falsche Einstellung? Das kann nicht funktionieren. Ähm. Das kann nicht funktionieren. Okay. Eine Handvoll rostiger Nebel. Auch nix für uns. Sozusagen. das ist das auto die stelle hatten wir die stelle hat mir gut da ist erst mal nichts hier lässt sich was angucken das armaturen breit wurde zerschmettert das auto kann ich auf keinen fall benutzen der denkt echt an alles da kann man was angucken guck erstmal den an tot er konnte sich noch nicht einmal verteidigen der hat aber auch nichts liegen was wir gebrauchen können das auto ist auch nichts ok dann auf zur nächsten leiche bei dem liegt hier irgendwas oder ist das nur ein falscher pixel gut er hat sie alle getötet sein wahnsinn kennt keine grenzen aber nimm das messer danke freunde dass ihr mir noch im tod behilflich seid ich guck gerade nur ob hier noch irgendwas ist tot er konnte sich noch nicht einmal verteidigen ok ok der hat auch nichts für uns hinten können wir wieder scannen aber erstmal guck ich noch was der hat am falschen ort zur falschen zeit oh mein gott da haben wir so schön spuren gesammelt und fühlten uns relativ sicher weil wir immer dachten der ist weit weg hier geht irgendwas zu untersuchen das wird niemals funktionieren ok dann brauchen wir wieder eine andere Einstellung das ist es nicht gut äh nein stimmt wieder mit der vier das wird niemals funktionieren warum ist das ding im haus nur deaktiviert eine alte konservendose die ist jetzt nicht so interessant für uns hier hinten war aber auch noch dachte ich und wenn ich hier einfach mal weiterlaufe gibt es da das brett noch da gibt es auf jeden fall noch was zu scannen oder ich höre gerade geräusche das sind die nachbarn im haus ich denke die ganze zeit oh gott der mörder ist da und ich hoffe die würden mich jetzt nicht wenn ich das hier so Ein paar Penis aus Zink. Schon besser. Na, die nehmen wir doch. Das Brett ist weg. Sonst hätte ich gesagt, das können wir hier drüber legen. Das da geht noch. Aber, ja. Wird sicher irgendwo mal. Da ist doch auch was, oder? Das ist es nicht. Eine andere Einstellung. Zwei. Drei. Wo willst denn du hin? Vier. Auch nichts für uns. Hier war aber noch ein Auge. Ich höre ein elektrisches Summen. Ja. Erzähl mir mal was, das ich noch nicht weiß. Gut, da haben wir gescannt. Dann gehen wir wieder ein bisschen rückwärts. Stopp, 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 stopp. Die Leichen haben wir auch alle untersucht. Hier ging nämlich auch noch zu scannen, dachte ich. Irgendwo. Na, was hier nicht alles vergraben liegt. Gut. Gut, das hätten wir auch abgescannt. Und das hätten wir auch abgescannt. Genau, ein bisschen Richtung Zaun. Aber nicht zu weit. Nicht das. Ja, nee. Das fassen wir nicht an. Was ist das hier für ein Blech? Das Hammergirb. Scant. Ähm. Oder wir fassen es an, aber erst nach einer speziellen Hochabsicherung. So. Du hast nämlich bestimmt immer noch das elektrische Brummen, oder? Ach, harmlos. Wie mit dem Halsband. Gut, wir haben jetzt einiges an Equipment dazugewonnen. Damit können wir vielleicht wieder reingehen. Ich weiß nicht, ob wir die Stolperträte einfach mit dem Taschenmesser durchschneiden können. Boah, ich habe mich gerade vor Ihrem eigenen Schatten erschreckt. Wow. Das riecht nach einer Falle. Das klang auch gerade sehr unschön. Ähm, was ist das für ein Gerät? Das wird niemals funktionieren. Die können wir da nicht verwenden. Und der ist hier wieder deaktiviert. Können wir? Das ist jetzt meine Frage. Vorhin könnten wir da runtergehen, ohne dass uns was passiert ist. Na gut. Die Dinger durchschneiden. Und jetzt? Können wir nach oben und nach unten? Leute, ich habe Angst. Ich weiß, der speichert kurz bevor man sterben könnte, aber trotzdem, ich habe Angst. Ich habe eine Panische Angst. Panische Angst. Das ist gut.